Ah, wieso die verpissten Zombies? Ich versuche hier gerade ein Pferd zu zähmen, ja? Ja, das war Pferd, ah ne. Pferd, ah ne. Oh, fuck. Nur noch zwei Herzen. Willkommen zurück zu Minecraft. Zusammen. Ah. Ich hab's nur eingedeutscht jetzt. Okay, das ist doch super. Dann verstehe ich das auch ähnlich. Weil manche haben es echt nicht verstanden. Die haben gesagt, was heißt denn Together? Ihr spielt doch zusammen. Ja. Und deswegen hab ich da mal gedacht, um die PNs halt loszuwerden, schreib ich da mal. Also ich brauch unbedingt Feuer auf meinem Schwert. Das ist ja echt so bitter. Warum regnet das denn? Also bei mir regnet's nicht. Ich bin hier gerade in der Serengeti. Aha. Ah, sieht zumindest so aus. Also, naja, okay, sind ein bisschen viele Bäume, aber... Sieht schon ein bisschen safari-mäßig aus, ja? So, was nimmt denn so'n... Ich rieche Leder. Iiiiih. Ich auch, aber nur ganz viel Pferdeleder. Hast du einen Fetisch, oder was? Ja, klar. Ich rieche Leder. Ich seh in der Wüste. Die hab ich auch schon... Ich glaub, in der Wüste haben wir in der Wüste schon gefunden. Geil. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Hast du echt Sand in der Diaschua, ey? Ich muss die gleich hier lassen. Kann ich nicht auch den Sattel auf dem Schwein machen? Doch. Genau, dann brauchst du auch eine Karotte mit... ...mit Angel. Du dämliches Pferd, ey. Wenn du dich nicht zähmen lassen willst, machen die eben kaputt, ey. Nein! Dann gibt's auch Sauerbraten. Eben. Und euer Vogel macht ja auch noch kaputt. So, ihr kleinen Schwach... Tete Tierquäler. Was ist das denn? Was benennst du den Part? Nein, ich dünne nur die Nummern aus. Also, die Zahlen von denen. Damit die auch genug zu essen haben im Winter. Ja, lol. Ich denke, ich hab hier irgendwas gefunden, ey. Da ist halt einfach nur so'n Klotz. Wofür sind eigentlich diese riesigen Pilze? Kann man damit irgendwas machen? Essen. Abbauen. Abbauen. Weißt du, das ist das Feature in Minecraft. Auf jeden Fall. Oh nein, ich hab keine Spitzsacke. Oh, ein Cactus. Oh! Ungefähr zehn Kühe. Fuck. Mein kleiner, gröner Cactus. War heute keine Spitzsacke mitgenommen. Ich hab die Leder Challenge gewinnig. Ja? Ich werd mich hier mal rein hatten. Sagste? Also, ich hab hier auch welche stehen. Ja, und wieviel Leder haste, hm? Heiko, gibt es komische Gebilde in der Wüste? Gibt Pyramiden und... Es gibt Pyramiden im Brunnen und im Dorf. Aber so Monolithe, so was aussieht wie Monolith nicht, ne? Weiß ich nicht. Peter, ich hab 18 Leder. Ich bin der Beste. Ich könnte wetten, die schreiben jetzt alle, dass da voll das geile Ding drin war. Aber ist es wahrscheinlich nicht. Oh, hier ist ein Enderman. Du hast 18 Leder erst. Erst, genau. Also, ich hab 10. Genau. Nee, ich bin halt hier mittlerweile in Südamerika angekommen und hier sind sehr viele Kühe. In Texas, ne? Und noch ein Enderman gekillt, yeah. Boah, die Zombie-Kinder, die sehen aber vom... Also, die haben richtig gute Augen. Ja. Das sag ich nicht nur, weil die die droppen manchmal. Die sind halt auch nicht so vollkommen wie ihre Eltern. Ja. Ja. Die sind wirklich krass viele Kühe. Ich bin gerade in der Wüste, aber kein Dorf in Sicht. Ich könnte wetten, mit der Karte hätten wir das schon längst gefunden. Ja. Ja. Tausend Mal, ey. Wenn wir eine Map haben, dann siehst du, wie wir immer um die Dörfer rumgelaufen sind. So 10 Stück. Genau, das ist dann immer so. Nur in der Mitte, so ein kleiner schwarzer Fleck immer. Und da war dann das Dorf. Hä, aber das wird doch nicht nachträglich dann scannen können, wo wir waren, oder? Doch, klar, die Map ist doch, ähm, da, oder? Oder wie ist das? Nee. Nee, die musst du ja nochmal aufdecken, wenn du jetzt eins installierst. Ja, eben. Ja. Ja, stimmt, das recht. Oder? Oder? Ich weiß nicht. Ja. Bin mir ziemlich sicher. Weil die Biome wurden ja schon generiert. Pferde! Ja, kommt darauf an, wie die Map arbeitet einfach. Weiß man ja nicht, wie die programmiert ist. Ob die es ausliest, wenn du da bist und es mitloggt, oder ob die es aus der Map ausliest. Ah ja, stimmt. Oder war der Creeper vorwiegend, ich schwör? Nee, also ich nehm mal an, das wird es, äh, auslesen, wo du bist. Weil sonst, ähm, hättest du ja schon viel mehr erkundet. So groß wie die Map wäre, auch wenn du noch nicht da warst. Ja, stimmt. So. Oh, 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 oh. Oh, wie viel habt ihr? Ich hab das, äh. Ach, das sind Esel, Alter. Ich hab das gefunden, wo ich damals direkt gestorben bin. Was kann man mit den Esel machen? Ja, dieser komischen Pyramide. Äh, denen kann man eine Kiste geben und Items transportieren. Und wie krieg ich den mit? Oder er sucht ja. Aber die lassen sich nicht reiten, leider. Du musst den ficken, bitte. Du musst den ficken, bitte. Afghanische Technik muss er machen. Die afghanische Eselzüchte-Technik. Einfach mal Penis hinten reinhalten. Ah, sehr gut. Du kennst dich aus. Zusammen. Boah, nachts ist das doch Kacke. Wir haben wieder Bitten vergessen. Ohne Scheiß. Es sind so viele gerade, ne? Ich muss mich hier so erbittert erwehren. Ja, ich auch. Das ist sowas von actionhaft. Ein Trauma, ein Trauma, ein Trauma. Du hast ein Dorf? Ich kenn doch diese Scheiße, wo in der Mitte unten so ein TNT-Ding ist, ne? Ja. Ja, da bin ich gerade. Sehr gut. Ist das eine Karotte? Vielleicht, weiß ich nicht. Was willst du denn mit der Karotte, Heiko? Das siehst du dann noch. Sag doch mal. Nein. Doch. Willst du die Karottenangel bauen? Vielleicht. Ich kann hier gar kein Pferd besteigen. Was ist das denn? Oh, ich hab den Tee. Geil. Hallo, hier ist kein Pferd. Also hier sind ganz viele Pferde, aber ich kann es besteigen. Dann gib denen mal Brot zu essen. Vielleicht dann. Ich hab kein Brot. Und Weizen? Hab ich auch nicht mitgenommen. Dann probier Fleisch. Ein Sattel, ja. Ja, jetzt brauchst du noch Pferde, die du nicht bereiten kannst. Und noch ein Sattel, ja. Gut, ein Pferd ist schon mal weg. Wollen wir viel Leder ab, da so? Ich hab immer noch 20. 10. Jetzt 30. Genau. Du, das ist 34, Teta. Geben Pferde auch Leder? Aber jetzt hab ich wirklich 31, glaub ich. Krass, Pferde geben auch Leder. Echt? Jetzt tötet die aber nicht alle. Vielleicht brauchen wir irgendwann nochmal welche. Hier, willst du Fleisch? Willst du ein Hühnchen essen? Ne, Hühnchen will der nicht essen. Oh, hier sind Dorfbewohner. Oder sind das Hexen? Oh, weißt du, was das ist? Ne. Man kann jedes Pferd bereiten, außer du hast einen Gegenstand in der Hand. Oh, danke, Heiko, ey. Das ist nur, weil du willst dem dann was, was ich, Holz geben oder dein Schwert. Und dann dachte das Pferd, ne. Ne, mach ich nicht. Ja, ich würde auch ne sagen, wenn du mir dein Schwert geben wollen würdest, ey. Ich weiß nur nicht mehr, wie ich das bereite. Ich glaub irgendwie mit Leertaste, ne? Das war schon mal falsch. Ja, dann hab ich jetzt auch gleich ein Pferd. Hier ist nämlich zumindest... Hier sind welche. Oh, 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 ist das der Cheeps Tod? Wird das Leder es jemals wieder nach Hause schaffen? Ich kann immer kein Pferd in Ruhe bereiten, weil die immer irgendwelche... Äh, Eisenbahn? Weil die immer irgendwelche Spaßstienst auf einen schießen, ne? Ja. Ich hasse die alle. Ja, hab ich auch so. Ich hasse die auch. Nein, Disconnect. Nein. Ich hab schon gedacht, du wärst gestorben. Ja, wahrscheinlich ich hatte auch nur, nur ein halbes Herz. Nee, nee, ich bin voll. Du, komm mit, Logger, du. Hä? Ihr habt euch gerade auch total behindert angehört, deswegen, ich hätte voll Internet-Lag. Also wie immer. Ja. So, dann mach ich mal weiter auf der Suche nach Leder. Also ich bin nicht so der, der Pferdemensch, glaube ich. Warte mal. Du bist nicht so der Pferdeflüsterer, ne? Nee. Fuck. Komm jetzt her, du Fotzenfä... Ah. Aber man muss gedrückt halten, um in den... Ah, jetzt verstehe ich das. Nein, jetzt bleib mal hier. Da steht das Spiel. Ah, es ist endlich soweit. Peter hat Minecraft verstanden. Ah, wieso verpisten Zombies? Ich versuche gerade ein Pferd zu zähmen, ja? Mann, ey. Oh, fuck. Nur noch zwei Herzen. Weißt du, da bist du gemütlich auf dem Pferd. Dann kommt ein Creeper, macht Bäm. Oh, fuck. Jetzt kommen alles. Jetzt kommen alle. Ich hab nicht mehr viel AP. Oh, oh, Peter stirbt jetzt. Ich glaube, Peter stirbt jetzt. Oh, ist der da hinten jemanden? Ted? Ne Zombie-Armee. Ja, jetzt bin ich. Doch, Ted. Hi. Lol. Was ein Zufall. Ja, krass, ne? So ist... Hi, na, wie geht's den Kindern? Oh, ein Kind kommt hier gerade. Zombie-Kind. So, wann kann ich... Wie oft muss ich das wiederholen? Da ist noch eins drin, äh... Manuel, hier unten. In der Höhle da, da ist noch eins da unten. Ey. Aber wie machst du das, Ted? Ja, einfach mit rechts drauf. Du musst ein paar Mal wohl... Äh, da drauf. Ja, aber du musst ja mit Leertaste was machen. Wieso musst du mit Leertaste was machen? Ja, halt mal Leertaste gedrückt. Nein! Wie geil. Ich hab's anscheinend gerade gezähmt. Da muss ich noch machen. Und dann auf einmal kam ein Creeper und hat's weggesprengt. Ich mein, ja. Alter, sah das cool aus. Oh, da kommt auch noch ein Creeper da unten weg. Verpiss dich! Boah, ich will, dass Tag wird. Ja, das ist meins. Hau ab jetzt. Wo ist dein scheiß Pferd? Weggesprengt worden. Mann, das ist meins aber. Kannst du uns keiner haben? Na, oh, das hat mich gerade gehört, ey. Ja, so, siehst du? Dann klauen wir nicht mal ein Pferd, ey. So, das ist jetzt auch meins hier oben. Wie hast du denn gezähmt? Oh, der ist schon fast tot. Ja, gar nicht. Was ist das denn für ein Pferd? Das ist ein kleines, kannst du sowieso nicht nehmen. Alter, das hab ich gezähmt. Warum tötest du da denn? Oh, 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 oh. Oh, oh, was ist das denn da für einer? Der hat einen Helm auf. Alter, ihr habt voll der Boss hier. Boss, fight, Boss, fight. Oh, ich hab noch zweieinhalb Herz und nichts zu essen bei. Optimal, optimal. Komm, Pferd, du willst doch auch. Ach, lenkt mich doch. Ich tötet dir alle Pferde, weißt du? Ich tötet dir alle Pferde. Ey, hau ab. Lass das doch. Ich muss was essen jetzt mal hier in Ruhe. Ich schlachte dich gleich, Manuel. Und womit denn? Ja, mit meinem Dia-Schwert, wo alles mögliche drauf verzaubert ist. Armor-Piercing und so, alles drauf. Gibt's zwar nicht, aber... Hab ich gerade erfunden. Es wird hell, wir haben gleich unsere Ruhe und es regnet immer noch nicht. Hast du das? Oh, Kühe. Was ist denn mal, du Scheißpferd? Hab mich gern. Wir brauchen aber keine Dorfbewohner mehr. Wir haben, glaube ich, genug Leder zusammen. Leder zusammen. Leder-Schuchte zusammen. Da sind Pferde, da hinten sind Pferde nochmal. Alles meine Pferde. Nix. Neben der Wüste die Pferde? Alles meine. Spinne, das ist hell, du hast das nicht verstanden. Dann brandmarkt die eben alle. Ich tötet die alle gerade. Ma, du blödes Skelett, Alter. Verpiss dich doch jetzt, so. Heftig. Echt heftig. Ich glaube, der Tett stirbt gleich. Nö. Nö, du doch nicht. Gleich nehme ich das Pferd, was mich schon gern hat, ey. Aber kein HP mehr hat, weißt du? Hier willst du Blume essen? Wolle Rose kaufen? Hier willst du Blume essen? Heiko, wie zählt man denn jetzt ein Pferd? Erklär uns das doch mal vernünftig, bitte. Du machst Rechtsglück so oft bis Herzen kommen. Ja, ich hatte es vorhin auch geschafft, bis du mein Pferd getötet hast. Und warum, was kann man da mit der Leertaste noch machen? Gar nicht. Das ist nur, wenn du, wenn du es gezähmt hast und es reitest, dann geht es so nach oben. Ach so. Oh, jetzt sind da Herzen. Jetzt kann ich es drauf machen, halt. Jetzt kannst du den Sattel drauf machen, dann kannst du es reiten. Nö. Sag mal. Ne, Herzen nicht, aber... Ach so, ne, der zeigt auch... Das hältst du von dem Pferd als Herzen an, ne? Ja. Oh, ich glaube, jetzt war noch welche, oder? Sorry, dich muss ich töten. Ich will nicht so einen gepflegten Gaul. Schau mal nicht jetzt mal. Ist ja egal. Hauptsache ein Pferd. Dann nehme ich lieber hier so einen Schwein. So, jetzt hat es mich wieder abgeworfen. Boah, wie oft muss man das denn machen, ey? Hundertmal. Oder geht das bei manchen einfach nicht dann? Nö, ist halt Junkie. Komm her, du Wichsding. Der ist gut. Brauner Gaul. Der braune Gaul gehört mir. Kann ich mir keinen spawnen, oder was? Ah, jetzt, jetzt war an der Herzen. Okay. Kannst du nicht. Jetzt kann ich auch den Sattel auflegen. Wenn mich jetzt jemand portet, kommt mein Pferd dann mit? Glaub nicht, ne? Ich glaube nur, wenn du drauf reitest, oder? Ach, wo ist denn nochmal unser Zuhause? Zusammen. Ja, aber hell, wenn er drauf reitet. Probier's aus. Ne, da ist mein Pferd weg. Und der Sattel. So, ich esse jetzt lecker Fleisch auf meinem Pferd. Wo ist denn unser Zuhause? Bei welchen Koordinaten? Weiß das jemand? Ne. Ne. Doch, du weißt das wohl, Peter. Oder auch? Jetzt ist das Pferd tot, weil der Creeper kam. Ja, das ist scheiße, ey. Scheiß Pferde. Dann müssen wir mal Kühe reiten. Ja. Peter, sag doch mal, wo es Zuhause ist. Keine Ahnung. Hab ich nicht notiert. Weißt das jetzt wirklich niemand? Nö. Okay, lass hierbleiben. Minus 2200, 200. Klar hat sich Psycho mal gemerkt, geil. Mal. Ich wie der andere Folge auch. Stimmt. Guck mal, riech mal den Sattel hier, du Pferd. Oh ja, schnuppert ran. Komm, das wäre so awesome. Und dann reiten wir zum nächsten Dorf. Und wir töten alle Dorfbewohner. Willst du das nicht auch? Ja, schon. Aber brauchen wir doch schon gar nicht mehr. Hau ab, Flecky. Doch, wir bauen Karotten, Mann. Doch, ich will Dorfbewohner töten. Geh weg, Flecky. Alter, ich reitert jetzt hier schon fünf Minuten, da passiert nix. Kannst du vielleicht schon den Sattel drauf machen? Geil. Guck mal her. Oh, boah, ich bin in den Baum reingeritten. Ja. Cool. Crash, crash. Ich kann reiten. Und dann bis in der nächsten Folge, Wichser. Tschüss. 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 Okay. Okay. Na gut. My reinger. That was important.